Da sitzen sie nun. Sie haben null Ahnung, in was für einer Scheiße sie da stecken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, scheiße. Die Mörder sind also auch da. Da wollte uns jemand was anhängen. Das hören Sie im neuen Podcast. Hast du noch das Profimikro? Selbstverständlich, Kleine. Nicht zu Hause. Ich hab es in der 30-Tage-Frist zurückgebracht wegen der Kaution. Aber ich hol's wieder. Beweisstücke tauchen in unseren Wohnungen auf. Ist das die Mordwaffe? Da spielt uns eine aus. Wenn Sie uns nur ins Messer liefern wollten, würde die Polizei schon anklopfen. Warum hab ich das Messer in der Hand? Wir müssen Bunnies Mörder finden. Wir finden einen Hinweis, der uns entlastet. Und wenn uns jemand sieht dabei? Niemand wird sehen, wie wir reingehen. Meine Güte. Wir schlagen uns echt gut. Hervorragend. Wir haben aus der ersten Staffel gelernt.